Ich habe letztens was richtig Geiles in meinem Lieblings-Second-Hand-Laden gefunden und zwar diesen Blazer hier, der mir leider ein bisschen zu groß ist. Deswegen habe ich erstmal die Schulterpolster rausgenommen und den abgeschnitten. Dann habe ich die Seiten umgeklappt und einen Saum genäht und dann habe ich das untere Teil um mich gelegt. Das war leider zu groß, deswegen musste ich das enger nähen und dann hat noch ein neues Knopfloch gefehlt. Und dann habe ich die Größe der Jacke noch ein bisschen angepasst und das ist vorher und das ist nachher und ich finde es mega cool. Es hat irgendwie so ein bisschen Clueless-Vibes, oder? Vielen Dank.